Okay, wir haben wieder ein neues Ausrüstungsitem bekommen, so mäßig, so wie es aussieht. Währenddessen wird Bibi in den Königspalast gebracht, wo Kokodal auf sie wartet. Legt einen Schritt zu Prinzessin. Ah, da oben ist Kokodal. Haha, das Königspalast ist der perfekte Ort, um auf diesen Abschaun hier abzuschnecken. Dann speichere ich mal wieder kurz ab.